um 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 9 du musst ja okay wir können so einen neuen Battle ja so eine Art Battle ja wie heißt das Spiel, ich kann dich auch sprechen Dodge's Crash Course ja wir machen Battle, das ist eigentlich nur so 2D, okay schon ein bisschen 3D Free Run Games sag ich auch mal dazu im Grunde so wie Takeshi's Castle Mario hm? Nein Takeshi's Castle das ist jetzt so ja das ist die Perspektive von Mario halt bloß so in 3D mich ist ja auch nett genau wir machen die ganze sag ich mal Kampagne ja also wir versuchen nicht wie heißt das ähm diesen Schickel dazu benutzen das Weicher Exibon ja aber falls ich irgendwie das Weicher Exibon benutzen sollte dann kann es daran liegen dass ich mich verdrückt habe ja jetzt auch schon wieder verdammt klar wenn wir aufnehmen bin ich auf einmal schlecht ja ist der Vorführungs-Effekt, du kennst den oder? scheiße ja Ja, ja, Andy, ich weiß, dass du da bist. Und ich bin in dem Wasser. Wir versuchen uns in diesem Battle so wenig und möglich auch zu regen, weil dieses Spiel kann einen richtig unter allem treiben. Ja, das stimmt. Japan ist das ekelhafteste Level von einem. Von aufregender Level, meine Aufregerskala ging von Minecraft bis Megaman, aber das hat noch einen draufgesetzt. Megaman. Spiele das niemals. Bitte, okay. Niemals. Ja, okay. Ja! 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 Ja, aber diesmal schickst du deine Stimme diesmal gleich, wenn wir fertig sind. Ja, ja. Jetzt hab ich auch eine 50.000 Erleitung. Okay. Und, ich hab 60.000. Das ist immer so f***. Ja! 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 Zum ersten Mal bin ich ins Wasser gefallen und jetzt bin ich wieder... jetzt häng ich wieder hinterher. Alter! Hi! Okay! Ja! Okay, das Spiel ist auch sch... Sehr alt! Sehr alt! Sehr alt! Na gut, sehr würde ich jetzt nicht sagen, das ist aus vorherigen Jahren. Ja! Ich hab's mir auch um 2011 runtergedacht! Okay! Oh, jetzt kommt wieder den Paintball. Oh, jetzt kommt wieder den Paintball rein! Ha! Aua! In die Fresse! Au! Haha! Ah! Scheiße! Verdammt! Dammit! Dammit! Oh, ich das halt einfach hasse! Ja, Mann! Das war als Kopf-an-Kopf-Rett fast! Haha! Fast! Kleiner Pisser! Ich bin doch nicht so schlecht! Ja, meine Gold! Also gleich haben wir die USA durch! Es geht bei jeder Welt insgesamt fünf Levels! Und diese fünf Levels muss man möglichst gut durchspielen! Ich glaube in Europa gibt's weniger! Ich glaube in Europa gibt's weniger! Ich glaube in Europa! Ich glaube in Europa! Nein! Das macht fünf! Ich suche euch meine Bestzeit! Meine Bestzeit ist zwei... Nein! Ich hab da keine Bestzeit! Scheiße! So ist so kacke das hier! Nein! Es kommt... Es kommt schon sehr viel... Ja, das stimmt! Das könnt ihr mir glauben! Ah ja! Und falls ihr das Spiel jetzt auch kaufen? Kaufen wir seitdem! Was ist los? Es ist... Es ist frei im... Dich war nicht so ein Mal... Verdammt, man! Die wurden sich gesetzt kurz im Check-Up! Ah, verdammt, man! Jetzt bin ich untergefallen! Jetzt bin ich schon wieder zugefallen! Jetzt bin ich schon wieder zerfetzt! Hey, das sehe ich nicht, ein... Jetzt bin ich schon wieder zerfetzt! Ich bin schon wieder zerfetzt! Ich bin schon wieder zerfetzt! Gerade wenn ich sage, ich muss mit einer persönlichen Bestleistung zu wegkommen schon wieder aber ich gebe nicht auf ich gebe nicht auf wir waren jetzt maximal 30 Sekunden wenn der Gegner dann geschafft what the fuck war das klar ich hab das beste geschafft scheiße ich nicht ja die entfälle ah digger es geht doch nicht wollt ihr mich verarschen genau das meine ich mit das kann euch aufregen egal wie leicht das Level sein kann das könnte ein bisschen dauernd besser kommen ach komm ne geht jetzt so das ich komme Ok, wirklich, jetzt. AHHHHH PANNNNNNNN! Ja, ich glaube, da kommt ihr an dein Lieblingslevel. Wieviel. Welches. Mit diesen Luftkissen lebst du? Mit diesen Luftkissen lebst du? Ohhhh! Ich hasse das, keine. Ich hasse es. Wie die Pest. Ehhh! Oh man. Schüsse! Wendt hab ich! Aber jetzt! Aber jetzt mach ich eine Bestleistung! 20 Sekunden Spiele! Verdammt! Alles halt wieder! Buff! Alter wie tief! Ich hab mich im Besser! Ja what the fuck! 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 Ey, verdammt! Jetzt irgendwie siehts grad nicht aus! Mir nicht! Fuck! Hätt ich nicht sagen sollen! Scheiß! Oh fuck! Nein! Nein, jetzt ist der Piss auch noch vorn hier! Nein! Nee, egal! Ich hol dich ein, du Pisser! Fuck! Fuck! Yes! Nein! Yes! Hoho! Ausforderung! Oh neee... Oh neee... Was? Oh neee... Versuch... So ein Durchgang versucht zu setzen... So ein Durchgang versucht zu setzen... Nein! Nein! Vorletzte! Dann bist du ja! Nee, bin ich nicht. Ja, soviel zum Thema persönliche Bestleistung, also ich kann auch lösen. Das geht doch nicht, ich war doch drauf! Ey, WTF-Mobil jetzt nur mit meinem scheiß Arm hat er erwischt in eurem kleinen Klemmek. Ja, bei mir ist es nützlich. Ja, nee, ich war auf diesem Luftkissen-Diener drauf und trotzdem kickt der mich runter. Also trotzdem bin ich runtergeschlagen. Nein! Nein! Ja. Alter! Ja, das war ich auch gerade. Geschafft, geschafft! Du Mist geworden! Das ist ne Mutter! Bitch ass! Ich hätte da ne Silbermedaille? WTF war mir nicht gut. Aber jetzt bist du schlechter. Du kleine Mist geworden! Und du sprach! Ey, ja noch drei Versuche und dann überspringe ich, dann muss ich überspringen, weil sonst wird das ... Ja, weil ich warten muss! Ja, weil du mich hier gerade aufnimmst! Deshalb wäre es besser, wenn ich ihn mal als erstes angehole! Ist das ein Deal? ja selbstständig ich benutze das so nicht in diesem durchgang ich benutze einfach nicht europa wie kommen die ganze sterbe genau darum Fuck! Hahaha! Wir wollen nur ein bisschen spät. Spät. Komischer. Nein, ey! Ich hasse den Anfang einfach. Da verkacke ich immer. Das ist jetzt nicht geil, weil du gewinnen willst. Ey. Ja, nee, weil sonst wäre das ja auch neusweilig. Ey, das war einfach jetzt nur scheiße, diese Szene hier. Ja, stimmt irgendwie auch. Ja, stimmt irgendwie auch. Oh, eigentlich. So. Bäh. Bäh. Ich könnte jetzt eigentlich mal nicht wissen. Bäh! Bäh! Hör. Das war schon einfach gemacht. Ach, Find ich! ScheißBank-Bankball. Ah, find ich! Oah! Hah! Oh! Ah shit! Na los! Da schaust du! Yeah! Und zwei Sekunden in Corona! immerhin ja das ist wirklich kacke aber bei japan das wird noch sehr lustig ich glaube wir haben das Spiel schon ungefähr dreimal durchgezockt und zwar nur weil wir die ganze drum gebrüllt haben und wir das lustig fanden aber schon weiß ich bin mir hier gerade nicht gekommen ja das liegt daran weil die däten japan und nicht gekommen ist erst da brüllen wir uns die Seelen aus und halb siehst du es beginnt weg dich ich hab dich aufgenommen ich hab dich aufgenommen ja klar vor allem weil wir auch gar nicht so 800 Kilometer auseinander wo wir hier mit genau machen predator nach ohr hat es richtig ausgesprochen schneller warte und ich warte also du bist da das sah eben gerade aus wie japan alter fliegt dir gerade ein schwein in der luft das ist nicht die merkel das stimmt halt hey ah ha 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 pow Oh Scheiße Aua Boah, komm schon Ey, fick dich Jetzt hab ich grade richtig Bock auf Barbie Girl zu singen Halt die Klappe Ahhhh Der wurde von den Ding runtergekickt Auf das ich hier eigentlich rauf springen sollte Das hat mich halt von Eisbürochen gekriegt Der Nächste Boah, die sind total hassig so Aber die sind... Obwohl mal irgendjemand als er schreit Paintball-Schlange Aua 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 The fuck The fuck Ich muss jetzt essen gehen Von daher unterbrechen wir die Aufnahme Bis gleich Äh So sind wir wieder zur lange Pause Sorry Ja, also Das werdet ihr jetzt nicht merken Wer hat's gedacht Ich war essen Ja, das hast du gesagt Hab ich Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern Das war für ungefähr 30 Minuten Oder mehr Was ich gemacht habe, will keiner wissen Ach Er hat's Er hat einen Karaoke gespielt Jep Oh nee Oh nee Oh nee Wie der Pisser schon vor mir ist, ey Ich dachte, der kann das nicht Ja, los Hat mich die ganze Zeit belogen Die ganze Zeit hat er auf diesen Moment gewaselt Um mich da vor der Kamera bloßzustellen Klar, Mann Ja, wo ist das? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich bin das die Meuse, ne? Okay Soll ich jetzt leider nicht das ganze Video machen, oder? Warte Okay Könnt ihr ja entscheiden Ihr werdet das schon irgendwann sehen Äh, wir waren Aber lass uns mal angewöhnen Nicht mehr so viele technische Fragen dazustellen Bezüglich der Aufnahme und des Videospiels Während der Aufnahme Ja, ich weiß es nicht Ja, ich weiß es nicht Wie viel Geld machst du? Ich weiß es nicht Naja, ich hoffe auch Hey Paul Yo Alter Au 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 Voll die Fresse, ey Au 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 Du Naja Mal. Boah. Ich hab doch aufgenommen, oder? Ja, hab ich. Was? Du bist sauer. Oh ne, der Scheiß, wegrennen! Ah! Go! Go, go, Power Rangers! Ah! Was? Ich bin einfach gerade raus, muss er gerannt. Ja, so, fast so, genau. Oh, es tut unsere Lieblingsseite. Welche? Ah! Ah! Bist du schon durch? Nein, ja. Ja, ja. Verdammt, alter! Digga! Immer noch muss ich bei irgendeinem Level abkacken, während der Aufnahme. Früher hab ich das beim ersten Anlauf geschafft, jetzt. Das ist schon der fünfte oder so. Kommt schon! Los! Los! So, das geht doch. Du, Missgeburt! Ah! Ah, ich bin da immer noch. Du kleine Missgeburt, Alter! Oh, jetzt kommt wieder Payboy an diese Ketten. Ah, Mann! Ja, das war das mit dem Aufregen. Da springt man ein Meter, äh, ein Zentimeter daneben, ey. Ja. Von meiner Fernsehperspektive. Deine Metzgeburt, hä? Deine Metzgeburt. Metzgergeburt. Nein! Metzklappe. Oh, endlich, Alter! Oh, geschafft! Ah! Hat's geschafft! Nein! Kurze Moment, Alter! Deine Miss... aumentar- Naja! Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Hä! Hä! комментар- oder so, keine Ahnung. Irgendwie. Okay, mach ich. Also, das sind meine Spiele, die ich eh gespielt habe. Du machst das sogar mal ernsthaft. Ernsthaft. Ja, Near Dead Space hab ich richtig durchgesuchtet. Wenn man so sieht, wie viel Erfolg ich habe. Ja, und hier, kleiner Spoiler... DEINE MUTTER! Hier und ein kleiner Spoiler! Ich hab die Brot zum Zweikampagne durch! Oh, das war's. Der Brot noch hat ein bisschen weniger. HELL! Oh, hey, ich hab's beim Ende bis runtergefallen. Oh, das kommt das letzte Level in Europa. Oh, hier ist es. Fünfte. Oh. Swinging in the range. Ja! So, diesmal bin ich schneller, aber... Diesmal werde ich eine Bösezeit schaffen. Eine Bösezeit. Die ist besser als eine Bösezeit. Die ist bloß Böse. ... Oh, das war... Äh! Deim! Wuss! Ich krieg diese Paintballs voll an den Arsch, ey. Ey, ich hab eine richtig geile Falltür gerade gehabt. Ja, bei mir auch. Passt doch geradeaus runter. Ja, das war bei mir auch so. Wie viele? Zwei? Drei. Los! 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 Ich krieg dein Paintball voll gegen den Nacken gehämmert. Hä, Scheiße! Au! Nä! Was ist das? Siehst du gleich. Au! Auch, fick dich doch! Fick dich doch! Fick dich doch einfach! Nein! Nein! die die ja das ist ein paar Schilder die 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 das ist ein bisschen das ist das was nachkommt ist noch schlimmer und nicht dass ich kann das bei mir erst mal aufschlafen scheiße Ja, Mann, schickst du einfach. Oh, komm schon. Es wird noch schlimmer gleich. Es wird ernsthaft noch schlimmer. Ey, ich will die ganze Zeit schon den Scheiß mal runter. Ich hoffe, du magst Paintballs. Und das ins Gesicht. Soll das nachmachen? Nein. Es geht ab. Nein. Ich hätte was geschafft. Oh, deine Mutter. Oh, ey. Ey, fick dich doch einfach. Oh, du kleine Missgewolle. Und so kann man sich bei diesem Spiel so herrlich aufgeben. Ja, herrlich. Oh, fech dich da. Schau da drauf. Halt's Maul. Alter. Jure, du wirst dich nur verarschen, du kleine Missgewolle. Oh. Go, 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 go. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Don't go, 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 go. Die Fresse. Ich will Power Rangers im Moment. AAAAAAAA Du solltest ein bisschen leiser schreien Ich sag's dir, meint ihr zugesteuert ist ja nichts mit dir Hau Das ist mir doch egal Ah, ich bin taub Halt die Fresse Weiß ich bin taub Oh, f*** dich doch Au Ah, f*** dich Ja komm, das schaffst du jetzt noch, oder? AAAAAAAA Ich war schon beim Ende Ja, jetzt ist das eine Chicken jetzt auch noch gar nicht Ja, nee Aber das werde ich jetzt nicht machen Weil ich mir geschworen hab Ich weiß doch, schwör doch Nee Ja Du Ficksnittel Bitte Hey Junge Schwein Ja, nee Das meinte ich doch Ja, nee Das meinte ich doch Ich hab gedacht, du meinst du merke Ich hab gedacht, du meinst du merke Hinter mir stand doch immer so ein Kopf voller Süßigkeiten Ich hab meinen Kopf nach hinten geschmissen Dabei hab ich voll mein Kopf gegen den Kopf angestoßen slic Ich bin jetzt wohl Ich bin jetzt noch weitergefallen Jetzt rüge Oh Mann Ich verspreche doch einfach Nein Das ist eine Ausnahme dann Nein! Keine Ausnahme! Doch! Nee! Doch! Lass mich konzentrieren! Ja, konzentrier dich! Ich denke, ich hab's nicht daran! Ja... AHHHHH! Kann man sich irgendwie selbst umbringen? Gut! Ich hab's gehört bei dir! ALTER! Ich denk mal, ich nenn das jetzt Schrei! Ne, ganz ernst! Führ sie weiter durch deine Xbox-Steuerung! Guck gleich, zeig ihnen einfach, wie die Xbox aufgebaut ist! Also, guckst du hier! Ich wurde runtergekratzt! Meine Freunde, die sich nicht interessiert! Ah, zerfrast die FFs! Du played online! Warte! Ich werde jetzt in Ruhe spielen! Usa! Du bist nicht! Ja, meine Spiele nochmal! Guck mal, Musik! Musik! Ich weiß, ich konnte nicht Empireliga dabei haben! Stimmt, dass der fertig ist. Valentina! Die smoarn! Das kann dann dauern. Oh, endlich. Oh, oh, der Chicken Alpen und Zettel, der Assenpagasur. und ich bin wieder da ich hab dich verheiratet zu bezeichnen ja danke so bei asien schaff ich jetzt ja weil es sowieso ist das ekelhaft ja das ist wirklich wichtig schön für dich ich war schon auf diesen nein 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 Nein! 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 Nee! Ich hatte dieses Level, diesen Bereich hatte ich... Ja genau, renn weiter! Ja genau, renn weiter! ... ... ... ... ... ... Power Rangers! Ja, wiesigen den Jammany! Ja, 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 ja. Au. Au. Mit Jaff? Oh. Au. 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 WTF? 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 Ja, mein Lachen klingt so wie die von den sterbenden Schimpansen. Lass nicht. Hey, ich klicke den. Er ist wieder toll. Locker. Locker. Du hast auch einen Schlaufe locker. WTF? 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 Das hat jetzt lang gedauert. Verkehr. Welcher Verkehr? WTF? 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 Das ist ein... Aaaaah! Ah, damit ist die... Aaaaah, das ist nicht... Schaut! Geh, ich muss jetzt... Eeeh! Eeeh! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Eeeh! 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 Ey, komm, dein Tränen ist auch nicht besser! Aaaaaah! Aaaaaah! Bitterer Tower! Eeeh! Eeeh! Ich bin eine Schwimmburje! Dееh! Shhh! Shhh! Eeeh! Dieser Piste aber zumigschauft! Im- Okay, dieses Let's Battle wird eher affiger. Das ist doch ein Schrei. Let's Affe. Let's go. Let's go. Let's go. Yes! Nein! Ich bin schon wieder in die Schwimmboge. Sind wir noch da, oder was? Ja. Uchihaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Do it for Fukushima! Er hat mal gemerkt. Gestern! Vai! Freitag! Verdammt, Mann! Ich flicke mal runter. Ja... du hast es einfacher! Eih.. Echlich! Au! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Ha! 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 Geht drauf. BEEEH! Shit. Shit. BEEEH! ALTER! ABTF! 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 Langsam finde ich das Erdleben, das in Japan geschehen wurde, gerechtfertigt. Nein, das war ja ein Scherz. Ich leide ja mit allen Leuten durch. Nur Dienstag. Heute ist Montag. Gut. Und der pisse aber heute in der Schule. Nein, oder? Nein, oder? Nein, oder? Oh, danke, dass du da warst. Ach, geschafft. Du plattst mich grad voll in meiner 360 Grad Drehung. beim Google. Ich hab so ne knappe Zeit, hatten wir noch nie. Nein, hatten wir doch. Nein, das ist nur am Papier. Das muss ausgebaut werden können. So. So. 3 2 3 1 2 0 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 Nein! 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 Okay. Au! Fuck! Fuck! KAKA TOWER Ey Flickern Oha Geschafft Rett, Rett, Rett Rett Haa Oh shit Ey, fickt du dich Hey Alter Das ist krank AAAAAH WUKUSHIMA Das einzige was ich auf Chinesisch kenne Hamabuchi Nein! Okay, ich hab's geschafft. Nein! Mann, das ist so unfair. Oh nein! Oh nein! Ha! Ich seh dich! Oh Mann, ist klar! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Ja, ist klar! Hallo, ey! Ich hab das nicht wieder rüber! Ey! 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 Boah, komm schon! Shit! Ey, ich komm hinter dem Hull! Ich komm hinter dem Hull! Okay, das war's! Hey! Ich hab' nur das Laufwand dazu! Ich hab' nur das Laufwand dazu! Eher soll ich meine, ich komm mit dem Huss noch nicht mehr! Ich hab' nur das Laufwand dazu! Oh, ne, ich spring da rauf und dann werden sofort Zeit gehen! Ich hab' nur das Laufwand dazu! Ah! ich habe kommen endlich das Baby-Hour Ey, Mann, ich hasste es jetzt schon hier Oh nein Ne, ich darf es da Ne, kein Bock Kornlob 2 Lobby Schott der Kopf Hop-Shot! Ja... Shit! Ja, fick dich doch einfach! Ja, fick dich doch einfach! Das ist mein Ding! Ja, ich hop-Shot! Oh! Ich kann einen Osi-Kraustange lecken! Ich kann einen Osi-Kraustange lecken! Ich kann einen Osi-Kraustange lecken! Ich kann einen Osi-Kraust! Ich kann einen Osi-Kraust! Fuck! N- cie Wass l? Jetzt darf ich da die ganze Zeit hängen! Jetzt darf ich da die ganze Zeit hängen! Was machst du? Was machst du? Was machst du? Man, ich bin auf einmal die Nummer umspielen. Du wirst ich sie plus! Na boah! Man, ich bin raus, du warst, du warst, du warst, du warst, du warst, du warst, du warst. Das ist so'n scheiß schönes Wetter, würde ich jetzt sagen. So'n schönes Wetter, das war aus dem 17. Richtig sonnig, perfekt, sonst gehe ich jetzt hier und jetzt gehe. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Aber wie schnell mal Papa, ey. Wie schnell mal, wie mein... 535 Sekunden, das alles aufgeführt. Die Insider werden es wohl wahrscheinlich erkennen. Was ist das? Musukashi-Wheel! Oh nein, nicht das! AAU! 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 Jungs, shit! AAU! Los geht es nicht mehr! Los geht es nicht mehr! Los geht es nicht mehr! AAU! 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 Das geht einfach nicht mehr! AAU! AAU! Das geht einfach nicht mehr! Das kann man nie überspringen! Ja, nee! Also jetzt nicht so gut! Dann muss ich... NEIN! Ah, fick dich doch! AAU! 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 Ja! Einfach nicht! Nein, dann würde ich es wahrscheinlich wissen! Oh jetzt hab ich es aber auch geschafft! JAA! JAA! Is klar, Brunny! Bullshit. Ja, ist gut. Ist ein Blaschen. Das war so geil. Yes! Spiel ab. Yes, Spiel ab. Hey nee! Hey nee! Ja, fick dich doch. Nein! gut im flug von peter und betroffen werden oder wie ich das ist das jetzt die führer Arth er gleich so nicht getroffen er ist klar auch ich will eigentlich schon ich will noch nicht ich kenne das wird ich bin einfach durchgeraten und ich hab's ernsthaft durchgeschafft ich bin gut ist ein klappet er wieder auf ich habe mich auf diesen Teil auf den Kanten draufgeklettert draufgesprochen und ich habe mir immer so richtig sorgfältig die Zeit ausgelenkt Blende ey Schapuzzi 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 Eicha Ich habe es zweimal durch einen Bug geschafft aber jetzt nicht mehr Nein Heuerkopf Okay Ey Ich traue mich nicht zu springen Schapuzzi Ich traue mich nicht zu schwachen Umruf Er war schon geschaffen Warum? Geschafft Game Schnau Ach Ja, ist klar Ja, f*** dich doch. Ah, f*** dich. Wieso hast du das so genannt? Wieso, das ist so genannt. Wir meinen die ganze Sonne ist Wasserflüge. Da ist das, äh, das Freude's Lenken! Das Freude's Lenken! Feuer, heiß, Feuer, heiß, Feuer, heiß, Feuer, heiß, Feuer, 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 Feuer. Feuer, heiß, Feuer, heiß. Mhh, Tüchen! Tüchen, Hals! Das ist gut! Ja, ja! Tüchen! Okay! Und! Okay! Vom ersten Durchgang geschafft! Vom ersten Durchgang geschafft! Ich weiß! Ich hab mal ja... Ein Big India-Japan-Erfolg! Ein Big India-Japan! Oh! Ein Big India-Japan! Level-Unlock! Das ist auf das Level gekommen! Das ist super cool! Das steht Level-Unlock! Das fehlt gar nicht! Kenny Carter! So, das ist das letzte Level! Hier! 3! 2! 1! 1! Heiser! Und hier wechseln auch die Platten sehr schnell! 1! 2! 2! 2! 3! 2! 3! 2! 3! 4! 5! Deine Mutter! Deine Mutter! Nee! Boah, fick dich einfach! Eisha! Nee! Nee! Ich komm hier nicht mehr weiter! Ja! Du Schwuschi! Irgendwie setzt ich vor jedem Wort immer so'n Scha. Scha! Ach so, ja, wenn du Schwuchtel... Schawuchtel? Schawuchtel ist aber ungeil. Eeeeeh! Hoi! Jaaaah! Hoppa! Aaaaaah! Eeeeeh! Eeeeeh! Tromade, Schaar! Tromade, Schaar! Nö! Wie weinst du, während du schneidest, oder was? Eeeh! Wieso? The fuck? Yes! Geschafft! Wir sehn uns, bitch! Ja, scheiße, bis mir. Wir sehn uns, bitch! Kannst du mal sagen? Ja, ich weiß, weil ich... Weil ich... Weil ich... Weil ich... Ja, weil ich da in die falsche Richtung gelaufen bin. Weil ich mich von Schuhe aufzählen bin. Da war wieder der Bartrex. Ey, wieso... Hallo, ist heute der Scheiße! Ey, wieso... Da hast du den Klapscher auf, bevor ich überhaupt drauf trete. Da hast du den Klapscher auf... Ja, fick dich! Was? 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 Ist einfach so! Ja, ne! Das ist scheiße, ohne Witz! Ja, ne! Scheiße, ohne Witz! Und was? Was? Wir sehn uns, Witz! Wir sehn uns, Witz! What the fuck! AAAAAAAA! What the fuck! Ey, das ist neu! Nein, ne! Ich überspring den Scheiß! AAAAAAAA! Ja, die winchste Scheiß habe ich mir vor aufgegeben, bevor ich draufkomme! Die ganze Zeit ist das passiert schon! Wir sehn uns, Witz! Wir sehn uns, Witz! Wir sehn uns, Witz! Wir sehn uns, Witz! Das war einfach so geil! Boah! Boah! Wir sehn uns, Witz! Da vorne! Hier in dieses E-Chilliger! Hättest du sagen müssen! Oh Gott! Das war's irgendwie, ne? Ja! Was war's? Ja! Was sind denn die Liederbots? Hast du das gerade erst aufgefragt? Hast du das gerade erst aufgefragt? Was hast du das gerade erst aufgefragt? Ha! Ne! Das war ein Scherz! Ich bin vierter! Du bist... Du bist... Hast du eine was? Äh... Hast du eine was? Du bist um... Ode! Neunter! Ode! Äh... In den Liederbots! Bei mir ist der Erste der Liederbots! Philito is a friend so only had to call section! Philito is a friend so only had to call section! Na nun! Wenn wir das gleich mit Freunden... Äh... 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 Ist da bitte der Beste! Ist da bitte der Meste! Ich geh mal kurz zu weiter, wie viel spielt das Spiel bitte? ich versuche mal der beste in den USA hat nicht einmal die Sekunde dafür im Raum der beste in den USA hat nicht einmal die Sekunde dafür im Raum kann gar nicht sein durch ja kann gar nicht sein nee ernsthaft ja ernsthaft Twisten Metal ja ähm bei dem vorbei ja Twisten Metal ja ein bisschen wissen es doch die Jura okay ja okay egal dann hopp mal rein bis zur nächsten Ausnahme von einem sinnlosen Spiel ich glaube das ist nicht zu mit Happy Wheels dran sein also bis zum Zuhörer rein also bis zum Zuhörer rein also bis zum Zuhörer rein hallo rein